Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist zweitürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 7,6 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Max Bester lebih Bester Wells Bester Pflicht Vielen Dank.